bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalat, wassalam, rasulillah, wara alihi, wassahabi, wir machen es schon mal weiter mit unserer serie, wir sind immer noch bei dem kapitel tahara, im unterkapitel mir, das heißt die wassersorten, wasserarten, weil wir müssen wissen, mit welchem wasser man die gebetswaschung, die beispielsweise durchführen darf, die zehnte frage des kapitels wäre, wie ist das wasser zu beurteilen, wenn es durch etwas verändert wurde, was sich nicht mit dem wasser mischt, das wasser kann verändert werden durch sachen, die sich mit dem wasser vermischen, oder verändert werden durch sachen, die sich nicht mit dem wasser mischen, dass zum beispiel eine bestimmte substanz reinfällt, der geruch verändert das wasser vom geruch her, aber es vermischt sich eigentlich nicht mit dem wasser, in der handabaridischen rechtsschule ist makruh, also verpönt, mit derartigem wasser die gebetswaschung, auf arabisch al-wudu, auf türkisch abtest, oder die ganzkörperwaschung, rüssel, zu verrichten, obwohl diese rituellen waschungen mit diesem wasser gültig sind, das heißt, wenn man das macht, mit einem wasser, was sich durch etwas verändert hat, was sich nicht mit dem wasser vermischt, ist das makruh, also verpönt, aber die gebetswaschung ist gültig, die handabaridisch betrachten es jedoch als makruh, weil einige lehrte dieses wasser als rein ansehen, ohne dabei reinigend zu sein, wir haben gesagt, es gibt wasser, was tahur ist, rein und reinigend, und wasser, was rein ist, in sich selber, aber nicht reinigend, das nennt sich dann gibt es wasser, was nejis ist, unrein und verunreinigend, also einige lehrte betrachten dieses wasser als rein, aber nicht reinigend, wie zum Beispiel Kaffee, ist eine Substanz, die rein ist, die ist rein, aber nicht reinigend, das heißt, ich kann nicht mit wasser mit Kaffee, die gebetswaschung machen, beispielsweise, hier, wie zum Beispiel Kaffee, Kaffee ist zwar rein, aber nicht reinigend, wäre Kaffee unrein, so dürfte man ihn nicht trinken, obwohl, also, das heißt, der Beweis dafür, dass Kaffee als rein gilt, ist, dass man es trinken darf, Limonade ist rein, der Beweis dafür ist, dass man es trinken darf, weil unreine Substanzen dürfte man beispielsweise nicht trinken, von denen soll man sich allgemein fernhalten, Kaffee ist, wäre Kaffee unrein, so dürfte man ihn nicht trinken, obwohl er rein ist, obwohl er rein ist, also teuer ist, kann man dennoch keine rituelle Gebetswaschung damit verrichten, ein Beispiel für diese Art von Wasser wäre ein Wasserbehälter, in den eine Parfümart hineinfällt, die den Geruch des Wassers verändert, ohne sich mit ihm zu vermischen, also ein Beispiel für die Art des Wassers, was Makro ist, weil es von einer Substanz verändert wurde, die es nicht vermischt wäre, nochmal, ich habe ein Behälter Wasser, da fällt etwas Parfüm rein, zum Beispiel, es gibt manchmal wie zum Beispiel eine Art Misk, und es vermischt sich nicht mit dem Wasser, oder ich habe ein Öl, was sich nicht mit dem Wasser vermischt, sondern was getrennt wird von dem Wasser, aber der Geruch wirkt schon auf den Rest des Wassers aus, diese Art des Wassers, ist zwar leicht verändert, aber es hat sich nicht mit der Substanz, die rein ist, vermischt, das gilt als Makro verpönt, und das ist diese Regel, die oft angewandt wird, dass etwas als verpönt gilt, wenn es in bestimmten Sachen zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten gibt, und hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit, weil einige Lehrte dieses Wasser schon als nicht reinigend betrachten, aber wie gesagt, in der Hanbalitischen Rechtsschule gilt dieses Wasser als rein und reinigend, aber Makro, 11. Frage, wie beurteilen die Hanbaliten Wasser, welches mit Meersalz vermischt wurde, und sich dadurch in seinem ursprünglichen Geschmack verändert hat? Ich habe zum Beispiel Wasser, ein Behälter Wasser, und ich nehme jetzt Meersalz und tue das Meersalz in diesen Behälter Wasser rein, und jetzt verändert sich der Geschmack, ja, das Wasser ist plötzlich Salzwasser, das war eben noch Süßwasser, und jetzt ist es Salzwasser, es schmeckt salzig, aber ich habe das mit Meersalz vermischt, nicht mit Meersalz vermischt, nicht mit einem anderen Salz. Dieses Wasser gilt auch als rein, reinigen, aber Makro, verpönt, warum wieder? Weil einige Gelehrte das als untor hier, rein in sich selber, aber nicht als reinigend betrachten. So, hier, es gilt als rein und reinigen, da war es für den rituellen Gebetswahrung genutzt, wenn, jedoch gilt es als Makro, da einige Leerter der Meinung sind, dass man mit diesem Wasser keine Gebetswaschung durchführen könne. Elfte Frage. Wie beurteilen die Handaliten Wasser, welches durch Salz verändert wurde, welches nicht aus dem Meer stammt? Denn es gibt nicht nur Meersalz, sondern es gibt auch Salz, das nicht aus dem Meer stammt. Hier, es gilt als rein, aber nicht als reinigend, also als tor hier. Hier, wir haben nochmal, ich will das immer wieder wiederholen, die Begriffe, damit die sich einbringen. Wir haben Pahur, rein und reinigend, also rein in sich selber und reinigend für andere Dinge. Und wir haben Pahur hier, rein in sich selber, aber nicht reinigend. Das heißt, wenn ich Wasser nehme, was nicht aus dem Meer stammt, und vermische das mit dem Behälter, im Behälter Wasser, ist dieses Wasser nicht mehr gelang, um die Gebetswaschung zu machen. Was ist der Unterschied, wie kommen die Gelehrten darauf? Sie sagen, dass Meersalz ursprünglich ein Bestandteil von Wasser ist. Deswegen zum Wasser gehört, im Gegensatz zu Wasser, was nicht aus dem Meer stammt. Das ist die Meinung der Handaliten dazu. Okay? Wie beurteilt die Handaliten, zwölfte Frage, wie beurteilt die Handalitische Rechtsschule Wasser, welches durch eine unreine Substanz aufgeheizt wurde? Beispiel. Man benutzt getrockneten Kot eines unreinen Tieres, um ein Feuer zu entzünden. Auf dem ein Wassertopf steht, der erwärmt werden soll, um mit dem Wasser die rituelle Gebetswaschung zu verrichten. Ja, nochmal. Ich will da ein Bild von machen. So, ich habe hier einen Kochtopf. Und ich nehme jetzt eine unreine Substanz. Ich habe zum Beispiel den getrockneten Kot vom Hund und ich brenne den an. Und mit diesem, jetzt erhitze ich das Wasser auf. Das Wasser wird heiß durch das Verbrennen mit der unreinen Substanz. Dieses Wasser gilt als Makru verpönt, mit dem Wasser die Gebetswaschung zu verrichten, da die Gefahr besteht, dass etwas von der unreinen Substanz in den Wasserbehälter hineinfällt. Okay? Das heißt, dieses Wasser, eben wenn man, ich habe jetzt eine unreine Substanz, ich brenne das jetzt an, dieses Wasser ist jetzt warm geworden, durch das Aufhitzen mit der unreinen Substanz. Dieses Wasser gilt als verpönt, als Makru, aber ist rein und reinig. Das heißt, ich kann die Gebetswaschung damit machen, aber es gilt als Makru, weil die Gefahr besteht, dass etwas von der unreinen Substanz in das Wasser hineinfällt. Es gilt nicht mehr als Makru, wenn ich auf dem Behälter einen Deckel mache, weil dann, was ist? Dann besteht keine Gefahr mehr, dass die unreine Substanz reinfällt. Ich lese das nochmal vor. Es gilt als Makru, mit diesem Wasser die Gebetswaschung zu verrichten, da die Gefahr besteht, dass etwas von der unreinen Substanz in den Wasserbehälter hineinfällt. Sollte der Wasserbehälter jedoch abgedeckt sein, so gilt das Wasser nicht mehr als Makru, wenn man damit die Gebetswaschung erledigen will. Drittens. Dreizehntens. Wie beurteilt die Hanberit im Wasser, das sich durch langes Verweilen verändert hat? Was heißt das langes Verweilen? Beispiel. Wasser befindet sich im Lederbehälter eines Beduinen, der auf diese Weise Wasser auf einer Reise durch die Wüste mitnimmt. Ihr kennt diese Lederbehälter. Ein Beduiner nimmt dann Wasser mit. Nach einigen Tagen verändert sich der Geruch, der Geschmack oder die Farbe des Wassers etwas, ein bisschen durch die Berührung mit dem Leder. Das heißt, das Wasser ist nicht mehr so 100% wie es am Anfang war. Das heißt, es hat sich leicht verändert. Der Geruch, der Geschmack, die Farbe, es hat sich leicht verändert. Was ist mit diesem Wasser? Dieses Wasser gilt als Tahur. Also rein und reinigen. Das heißt, ich kann es trinken und ich kann es auch zum Budu machen, zum Gebetswaschen machen, Abdest machen, benutzen. Man kann es also sowohl trinken, als auch für die rituelle Gebetswaschen verwenden. Der Beweis hierfür liegt in Umumul Belua. Umumul Belua, das bedeutet, eine Sache war zur Zeit des Propheten Gang und Gebe. Also wurde ständig praktiziert und es wurde nicht vom Propheten kommentiert. Das heißt, zur damaligen Zeit war es Gang und Gebe, dass die Menschen in Lederbehältern Wasser hatten. Und es ist Gang und Gebe, dass dieses Wasser sich etwas verändert durch Langes Stehen. Und hier seien die Gelehrten, da nichts davon überliefert wurde, von tausend Hadithen, dass der Prophet etwas gesagt hat, dieses Wasser dürft ihr übernicht mehr benutzen, das ist ein Zeichen dafür, dass diese Art von Wasser erlaubt ist. In diesem Fall muss es erlaubt sein, da es unmöglich ist, dass sich etwas ständig um den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, eignete, was verboten ist, und er dies nicht unterband. Das ist eine wichtige Regel, um den Islam richtig zu verstehen. Das wird zum Beispiel sagen, etwas wurde ständig praktiziert, zur Zeit des Propheten. Es gibt keine Überlieferung von Propheten, alli es sallallahu alayhi wa sallam, obwohl wir tausend Überlieferungen haben, die es verbietet, also zeigt das was, dass diese Sache nicht verboten sein kann. Warum? Weil es sonst die Pflicht des Propheten gewesen wäre, das zu unterbinden. Zur Zeit des Gesandten war es typisch, dass Wasser in Lederbehältern mitgeführt wurde. Es ist allgemein bekannt, dass Lederbehälter das in ihnen transportierte Wasser bei längerem Verweilen des Wassers ein wenig verändern. Es gibt keinen einzigen Hadith, wo gesagt wird, man solle Wasser, welches in diesen Behältern transportiert wurde, vor der Verwendung zunächst untersuchen, ob sie eine Eigenschaft wie Geruch, Geschmack oder Farbe verändert hat. Dies beweist, dass dieses Wasser uneingeschränkt verwendet werden kann. Wäre dem nicht so, wäre unser Prophet der Erste gewesen, der die Benutzung eingeschränkt hätte. Die Benutzung dieses Wasser bei der rituellen Reinigung ist nicht verpönt, da es hierin keine Meinungsverschiedenheit gibt. Also es gibt auch diesbezüglich keine Meinungsverschiedenheit untergelehrt. Das ist eine allgemein bekannte Sache. Hier möchte ich auch etwas aufmerksam machen, weil es gibt leider im deutschsprachigen Raum einen Prediger, der behauptet, dass es bei den Hambaliten keinen Ishma gäbe. Das ist falsch, das stimmt nicht. Sondern die Hambaliten sind strenger im Ausruf des Ishmars wie andere Gelehrte. Sie beziehen das beispielsweise auf die Zeit des Propheten, auf die Zeit der Sahaba, radiallahu anhu. 14. Wie beurteilen die Hambaliten Wasser, welches in seinen Eigenschaften, Farbe, Geruch oder Geschmack, das sind die Eigenschaften des Wassers, die sie fährt, durch eine reine Substanz wie zum Beispiel Blätter, Algen, etc. also usw. verändert wurde, wobei es Schwierigkeiten bereitet, die reine Substanz daran zu hindern, ins Wasser zu gelangen. Beispiel. Ein Baum steht über einem Teich im Garten. Die Blätter des Baumes fallen im Herbst in den Teich und verändern den Geschmack des Wassers. Das ist schwer, die Blätter davon, daran zu hindern, nicht in den Teich zu fallen. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Diese Art von Wasser ist rein und reinigend. Also Tahur. Es kann also ganz unbedenklich für die rituelle Waschung verwendet werden. Die Verwendung gilt nicht als verpönt. Makru. Dies jedoch nur unter der Bedingung, dass es etwas Schwierigkeiten bereitet, diese Blätter oder andere reine Substanzen vom Gelangen ins Wasser zu hindern. Würde man, das heißt, es ist die Bedingung, dass das rein ist, dieses Wasser, und reinigend ist, dass es Schwierigkeiten bereitet, die Blätter daran zu hindern. Man müsste beispielsweise ein Netz spannen, etc. oder was auch immer. Jetzt. Würde man beispielsweise absichtlich mit einer Ladung von Blättern kommen und diese ins Wasser befördern, sodass sich Farbe, Geruch oder Geschmack des Wassers verändert, so würde dieses Wasser nicht mehr zur rituellen Reinigung taugen. Nochmal. Wir haben einmal das Beispiel, ich nehme nochmal das Beispiel Blätter. Wir haben einen Baum über einem Teich oder einen Baum, Bäume um einen Teich herum und die Blätter fallen im Herbst dort rein. Es bereitet Schwierigkeiten, die Blätter daran zu hindern. Ich müsste ein Netz, Spannung oder was auch immer. Das ist schwierig. In diesem Fall ist das Wasser rein und reinigend. Würde ich jedoch hingehen, ich habe einen Teich im Garten, da stehen keine Bäume drum, ich komme mit einer Schubkarre, wo Blätter drin sind, ich tue die in das Wasser rein, wodurch sich Farbe, Geruch oder Geschmack verändern, dann ist dieses Wasser tor hier. Rein und nicht mehr reinigend. Das kann kein Modum mehr damit machen. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Wie beurteilen die Hanbaliten das Wasser, welches sich durch tote Tierkadaver verändert, die sich neben der Wasserstelle befinden. Also nicht tote Tierkadaver, die im Wasser drin sind, sondern die neben der Wasserstelle sind. Ich habe zum Beispiel 100 tote Schafe neben einem Teich liegen. Das Wasser gilt als rein und reinigend, solange sich die Kadaver nicht direkt mit dem Wasser vermischen, sondern beispielsweise nur, wenn durch den Wind der Geruch der Kadaver zur Wasserstelle getragen wird und dieser den Geruch des Wassers verändert. Okay? Das heißt, dass es rein und reinigend. 16. Frage Wie ist es in der Hanbalitischen Rechel und Wasser, welches durch Sonneneinstrahlung erwärmt wurde? Dieses Wasser gilt als rein und reinigend. Es gibt einige, die sich auf schwache Hadiese beziehen, dass das bestimmte Krankheiten erzeugen wird und das ist unauthentisch. Im Hanbalitischen Meta, wie gesagt, gilt als rein und reinigend. 17. Wie beurteilen die Hanbaliten Wasser, welches mit einer reinen Substanz, wie zum Beispiel Holz, erhitzt wurde. Eben hatten wir das Beispiel, wenn Wasser durch eine unreine Substanz erhitzt wurde, da haben wir gesagt, das ist Makru, es sei denn, es gibt einen Deckel darüber, dann ist das nicht mehr Makru, weil dann keine Gefahr mehr besteht, dass etwas von der unreinen Substanz in das Wasser hineingehört hat. Jetzt haben wir eine reine Substanz, Holz ist rein. Es gibt das rein und reinigend, also Tahur, es ist nicht verpönt, also Makru, damit die rituellen Waschungen zu verrichten. Es ist allerdings verpönt, mit sehr heißem Wasser rituelle Gebetswaschungen zu verrichten. Also Makru ist es, mit sehr heißem Wasser die rituelle Gebetswaschungen zu verrichten. 18. Frage. Was sagt die Hanbalitische Rechtsschule zu Wasser, welche schon benutzt wurde, um eine rituelle Gebetswaschung zu verrichten? Das Wasser, erstens, das Wasser, das als Rest im Wasserbehälter übrig bleibt, kann bedenkenlos zur rituellen Gebetswaschung benutzt werden. Würde man, also wir reden jetzt hier vom benutzten Wasser, das benutzte Wasser ist das, was vom R-Arm runtertropft, nicht das, was im Behälter bleibt, okay, das muss man wissen. Würde man jedoch die Tropfen aufsammeln, die von den gewaschenen Körperpartien heruntertropfen, so dürfte man mit diesem benutzten Wasser, Ma-Mus-Tarmel, keine rituellen Gebetswaschungen durchführen. Wasser, welches schon für eine rituelle Gebetswaschung benutzt wurde, gilt als Torhir. Also rein als Substanz, aber nicht reinigend. Das heißt, würde ich, da sieht man, wie genau die Gelehrten sind, Wasser aufsammeln, was runtergetropft wurde, dann dürfte ich das nicht mehr benutzen, um damit eine Reinigung durchzuführen. Weil früher war das in der Wüste, wo wenig Wasser da war, weil so etwas gefragt. Und deswegen sieht man auch, das ist schön in den Metabs, wie genau die auf bestimmte Dinge eingehen. Beispiel, jemand hat um 13.30 die rituelle Gebetswaschung verrichtet, nachdem er auf Toilette war. Die Gebetswaschung war für ihn verpflichtet. So, dies gilt allerdings nur, wenn das Wasser für eine verpflichtende Reinigung benutzt wurde und nicht für Wasser, welches für eine erwünschte rituelle Gebetswaschung benutzt wurde. Das heißt, wenn ich benutztes Wasser von einer Pflicht Gebetswaschung benutze, das heißt, ich habe Moodoo verloren, dieses Wasser ist Manus Damel und nicht mehr zu benutzen für Moodoo. Es ist reinigend. Es ist nicht reinigend, es ist nur rein. Nehme ich aber Wasser von jemandem, es ist zum Beispiel Summa, vor jedem Gebet Moodoo zu machen, selbst wenn man die Gebetswaschung abdest, nicht verloren hat. Zum Beispiel, ich habe Duh gebetet, mit einer Gebetswaschung, ich habe kurz vor dem Duh gebet, vor dem Mittagsgebet, eine Gebetswaschung gemacht. So, bis zum Nachmittagsgebet war ich weder auf Toilette, noch habe ich Luft abgelassen, noch irgendetwas anderes. Ich muss jetzt kein Moodoo machen, keine Gebetswaschung, kein Abdest durchführen. Aber jetzt nochmal Abdest vor dem Gebet durchzuführen, Moodoo vor dem Gebet durchzuführen, die rituelle Gebetswaschung zu verrichten, ist Summa. Es ist gut, es ist eine gute Tat. Wenn ich dieses Wasser, was ich von einer Summa Gebetswaschung benutze, aufsammeln, dann ist es Makru hiermit die Gebetswaschung durchzuführen. Ja, hier. Gut, anders verhält es sich bei freiwilligen ritueller Gebetswaschung. Das Wasser, welches da eine freiwillige, nicht verpflichtende Gebetswaschung benutzt wurde, also von den gewaschenen Körperpartien Heruntertropf darf für eine erneut rituelle Gebetswaschung benutzt werden. Beispiel, dieselbe Person, die nach dem Verrichten der Notdurf um 13.30 die Gebetswaschung Abdest-Budu durchgeführt hat, um das Mittagsgebet zu verrichten, verliert seinen Zustand der rituellen Reinigung in Klammern Abdest-Budu bis zum Nachmittagsgebet nicht. Kurz vor seinem Verrichten des Nachmittagsgebet erneuert er sein Vudu, er führt die rituelle Gebetswaschung nochmal durch, obwohl er dies eigentlich nicht muss, da er nach seiner Gebetswaschung um 13.30 weder auf Toilette war noch eine andere Sache eingetreten ist, die es ihm zur Pflicht gemacht hätte, die rituelle Gebetswaschung zu wiederholen, zum Beispiel Tiefschlaf, Luftklassen und so weiter. Jenerus Sunna erwünscht vor jedem Gebet, die Gebetswaschung durchzuführen, selbst wenn es nicht verpflichtend geworden ist durch etwas, was sie verpflichtend macht, den Urinieren, Stuhlgang, etc. Würde man nun die Tropfen aufsammeln, also die Tropfen von diesem Sunna, die Gebetswaschung, die von seinem gewaschen Körper, die Gebetswaschung runtertropfen, so könnte man dieses Wasser im Gegensatz zu den Tropfen bei der verpflichtenden Gebetswaschung benutzen, um eine erneute Gebetswaschung vorzunehmen. Genauso verhält sich bei den Tropfen, die bei einem derselben Gebetswaschung bei der zweiten oder dritten Waschung der einen derselben Körperpartie runtertropfen, dann nur die erste Waschung einem Körper, die verpflichtend ist. Dieses Urteil basiert auf einen Analogieschluss zur Freilassung von Sklaven, so wie der Sklave nur einmal befreit wird, so kann man auch mit dem Wasser nur einmal noch machen. Es ist Pflicht, jede Körperpartie einmal zu waschen. Es ist Sunna, zwei oder dreimal zu waschen. So, nehmen wir mal, ich wasche den Arm das erste Mal. Okay, die Tropfen, die jetzt hier runtertropfen, die kann ich nicht benutzen für eine Gebetswaschung. Bei der zweiten Waschung des Armes, aber was jetzt runtertropfen, kann ich benutzen für eine Gebetswaschung, wenn ich das Wasser aufsammeln würde, könnte ich das, wie ich schon gesagt habe, für eine neue Gebetswaschung gewaschen. 19. Wie viele Liter sind Kulatain, Mut und Zerr? Nach Al-Halag in Al-Muqad in Al-Mu'asira entsprechend Kulatain, circa 200 Liter, ein Mut, 0,544 Liter und ein Zerr, 2,176 Liter. Das kann man sich zum Beispiel aufschreiben, damit man das auswendig hört. Ja, nochmal. Ein, also Kulatain sind 200 Liter, ein Mut, 0,544 Liter und ein Zerr, 2,176 Liter. So jetzt, was ist, wenn menschliche Urin in eine große Wassermenge gelangt? So, in dieser Angelegenheit gibt es eine Meinungsverschiene unter den Hanbali. Wir haben gesagt, wenn eine Najasa in eine große Wassermenge hineinfällt, okay, dann wird dieses Wasser nur unrein, wenn sich die Eigenschaften des Wassers durch diese Najasa, durch diese Unreinheit verändern. zum Beispiel, Hunde-Urin fällt ins Wasser, okay, wenn das Wasser eine große Wassermenge ist, also über 200 Liter und der Hunde-Urin ist so wenig, dass sich der Geruch, der Geschmack und die Farbe des Wassers nicht verändert, dann bleibt dieses Wasser weiter rein. Wenn sich Geschmack, Farbe oder Geruch aber durch den Hunde-Urin verändern, dann ist das Wasser unrein. So, beim menschlichen Urin gibt es eine Meinungsverschiene an dem Hanbali Mereb. Es wird gesagt, dass der menschliche Urin ein Unterschied ist. Also, dass sogar wenig menschliche Urin, der in eine große Menge Wasser fällt, das Wasser unrein macht. Diese Meinungsverschiene basiert auf dem unterschiedlichen Verständnis des von Abu Hurera überlieferten Hadiths, den wir in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim finden, dass der Gesandte gesagt hat, keiner von euch soll entstehende Wasser urinieren, welches nicht fließt und sich dann darin waschen. Also, in lateinischer Umschrift Das ist die Unterrichtseinheit von heute und ich hoffe, dass wir alle davon profitiert haben und wir machen das inshallah jetzt weiter, mach dual für uns, dass wir es schaffen, diese Serie irgendwann zu Ende zu machen, weil wir haben es leider schon längere Zeit nicht gemacht. Subhani Kalou Moti Hamdi Al-Fatihah